so willkommen wieder zu 2010 nach der eher schrecklichen also verrückten mit 2.6 aber ich habe auch wenn es aufgefallen so viel länger als normale von wadi gar nicht ja was sie etwas weniger speicherplatz insgesamt als zum beispiel hier vor allen dingen unsere metze leiden kamen von 33 33 das ist ungefähr 47 also war gerade eine viertelstunde quasi ist mir echt länger vorher kommen aber gut so ist es halt ja 2.7 die vorletzte map also wie wir finden jetzt ausgerechnet dann ja genau der phase genau der phase hatte ich auch verletzten heftig gut die mir sagt mir sogar was kann er das immer da hat man schiebt damit er einmal stirbt was ist ja los Oh, schöner Hüppel. Ja, doch. So, würd's hier raus. Das war nach hier hinten. Oh, ungewitter Besuch. Kommt ja noch mehr. Komm. Komm. Kommt ja noch mehr. Oh, Mann, Alter, geht's wieder hoch. Wow. Wird dich schon mit ihm wieder hoch? Fuck, stopp. Wird dich gewonnen. Yay. Warum kenne ich diese Map? Da geht's jetzt rein, dann müssen wir da runter, dann ist da so ein riesenverzwecktes scheiß Ding, dann müssen wir da wieder raus, dann müssen wir hier lang, dann ist dann auch wieder so eine Falle, dann ist dann hier auch... Ich kenne die Map schon, warum? Haben die hier einfach nur eine Map von einer anderen Map-Pack kopiert, oder hat das andere Map-Pack die Map von hier kopiert, oder? Habe ich denn dafür schon mal Tests halber irgendwann mal gespielt? Wollen wir einfach, warum ich Bock drauf habe? Ich hab keine Ahnung. Ich sollte echt mal was gegen meinen Alzheimer machen. So, genau, hier kam ja noch... Ach doch, ist da der Kameran? Okay. Sorry, tut mir leid. Kommt mir wieder vor. So, hiermit haben wir jetzt hier eine Tür geöffnet. Bam. So, genau. So, damit öffnen wir jetzt die große Tür. So, natürlich sehr schön, aber schön. Oh, meine Fressen, wie kann man denn so blöd hängenbleiben? Ich hab nicht gespeichert, wollt ihr mich ficken? Oh, ich hab keine Bock mehr. Oh, ich hab keine Bock mehr. Oh, ich hab keine Bock mehr. Jetzt schießt er wieder 50 Mal. Ey, das ist wirklich immer mit dem Schießen und dem Stern warten, bis man da ist. Das ist sowas von. Ich meine, ich meine, dass die mit dem Schießen warten, dass man da ist. Macht noch vielleicht Sinn. Aber könnt ihr nicht einfach trotzdem nach einer gewissen Zeit sterben und nicht einfach für immer da sitzen, so lange, bis wir irgendwann mal kommen und dann erst nach nur ein paar Sekunden stellen. Das ist so dumm einfach. So, du einfach. So, jetzt herauf und, äh... Hier rollen wir auf. War das einfach falsch? Ich seh' nicht. Wie schießt ihr denn hier? War doch klar, aber beim Tretten durchfragen, fach ich hier noch mehr, beim ersten. Oder warum ist ein Blau-Perle? Ich hab mir jetzt mal gar nicht so viel wahrgenommen. Interessant. Ich hab mir das ganze kack gedöhnt hier. Aber, hab ich mich jetzt gerade immer hier in die Pfanne gehauen? Ja, hab ich. Das war richtig. Ach, heckt mich doch. Okay. Okay. Ey, ist der Haxa. So, jetzt hier aufpassen. Okay. 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 So. 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 Bei der Tretten wird es richtig ungemutlich. Da kommen wir jetzt gleich viele Gegner mit einwandeln. So, richtig kackoffenes Gelände. Äh... Einfach mal Bickechen da liegen. Äh... Bin nackt. So. Und jetzt wird es hier eklig. Ich hab keinen Bock drauf. Ich hab... Ich will nicht. Geest. Oh Mann, oh Mann. Ich will das alles nicht. Die Gangne hier unten sind so scheiße. Das wird so fast weiter. Ach du Kacke, die Kackdinger kamen jetzt schon? Ich dachte, die kommen erst später. Okay. Ja kommt, 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 kommt. Ich weiß was ihr wollt. Und ich fühl's auch. Nur nicht so hart wie hier. Ah, kommen sie schon. Komm, kommst du? Kommst du? Kommst du jetzt mal? Oder was? Was machst du denn da hinten? Danke. Oh, der nächste. Ja, alle vier erledigt. Also gleich. Sind das doch noch mehr? 1, 2. Ah gut, die Vorderung sieht man hier gar nicht mehr. Wann ist grad 5? Warum ist die noch unkarte Zahl? Wann kann man von links führen? Von rechts? 2. Ja, von da kann es führen? Von da kann es 2. Da hab ich einen doch nicht gleich am ersten Mal erledigt. Das ist ja peinlich. So. Da haben wir ein paar Raketen. Ähm. Das hat unsere Lager aber auch nicht allzu sehr auf. Egal. Ja, jeder dieser Scheißgänge hier ist ein Kackgang. Also macht Sinn. Ja. So. Hier schon die erste Falle. Das hast du überhaupt keine Lust mehr. Nein, Mann, ich schau mir gleich eine an mein Bart. Und der jetzt richtig gehört und sind Pinkies. nicht nur einer von daher das ist ja gut jetzt so und jetzt ist nämlich richtig hässlich hier ist nämlich ein shotgun da drinne und wenn ich den erledige dann kam mir auch glaube ich bei hoffenweise gegner sag ich doch ich hätte jetzt mal hier laden sollen mann alter ist doch scheiße ja sehr gut ja war's das kommt noch einer nein gut okay gut hier unten konnte ich auch schon abfertigen dann muss ich mich um die später nicht kümmern weil die müssen wir nämlich später noch mal lang halt da doch oh oh okay den raum kann ich mich jetzt nicht mehr so genau erinnern okay ich kann also auch die andere wache benutzen das ist schon mal sehr schön ja der raum hier der der wird gehältlich aber man kann die gegner der stelle ihn an der aufsetzen sagte er und verliebt sich in der letzten dann da in den flur kommen wir später noch mal da kommt ihr mich beißen da ist noch einer er hat jetzt erstmal nach hier und wir haben noch alle da wir müssen echt mal hier haushalten so der rom da hinten der ist relativ easy und da sind bloß ein paar in den ecken so und jetzt müssen wir hier los verschocken oder sowas sein so war das schon der knopf der die geöffnungen spawnt oder kam der erst später was denn hätte muss doch aufgegangen sein wie du gehst du nicht auf die war das jetzt hier ach hier ist die reporter klar so und damit kommen wir in den ersten nicht ganz so schön hast du noch ein sequel? oh nein hast du noch ein sequel? nein aber bald geht man kann die doch relativ gut erkennen jetzt kommt die doch rein wirklich verarschen noch 30 shotgun munition das ist ein witz ja komm hier oben wieder total verschoben da wird rechts also bei den schalten ist irgendwie immer die 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 leiten mit verschoben aber nur bei den schalten bei allen anderen hautes sind bei den anderen hautes sind ist immer nur bei den schalten wo es nicht hinhaut voran liegt denn das? ich kann mir kaum vorstellen dass das einfach alle schaltertexturen verkackt sind vor allem mal ist es zu weit unten mal so weit oben mal so weit rechts also wenn es an den schaltertexturen an sich liegen würde dann müsste das ja immer gleich verschoben sein aber kurz mal ehrlich daran wenn man eine wand hat kann man die die textur die man darauf parkt verschieben mit sogenannten offset offset und vielleicht haut da die implementierung nicht ganz so hin dass praktisch wenn man die textur mit dem offset verschiebt die alpha map anders verschoben wird als die ähnliche textur dann verschoben wird ja komm ja hier kommt vielleicht zum monster reingekackt wenn ich den ding da eine knappe schnappe oder die schalt aktiviere ach es so Mann keine ahne hat geschlossen ach so die reingekonsport sondern ah ok so war das fck alter warum kann ich nicht unter meinen waffe sehen Nee, wir nutzen mal die hier, konsequent. Von der Shotgun haben wir deshalb ein bisschen zu wenig Munition für meinen Geschmack. Ich brauche Shotgun, keine Pistolen, Munition hier, du Depp. Ah genau, jetzt kamen wir da, wo die Pinkies waren. Tadaa, jetzt haben wir die Pinkies umgebracht und mussten nämlich jetzt hier lang. Deswegen war es sinnvoll, die Vollschirm umzubringen. Das ist nämlich jetzt aufgelauert und, ja, Frontalkonfrontation mit diesen Pinkies habe ich ungern, wie ich jetzt falsch gelaufen habe. Okay, das ist das Erste. Why not? So, haben wir wieder ein bisschen, ein bisschen... Ach ja, da war ja was, Scheiße! Was haben wir hier jetzt noch? Ja, wir haben jetzt noch Sch... Welche Schaden? Ja, ich habe Schaden, war doch klar. Äh... Äh... So, haaa... Alter, wie dann kommst du überhaupt draus, raus, sag? Ist das Spinder, Alter, ist das Spinder! Habe ich nachgeladen? Ja, habe ich. Okay. Habe ich nachgeladen? Ja, okay. Habe ich nachgeladen? Ja, hier. Ich will dich auf. Alter, krieg ich ja... Boah, so viel fucking Schaden, ey. Alter, recht mehr, Arsch auf hier. Das ist doch eine Wüste, Baby-Girl! So, jetzt haben wir mittlerweile wieder ein bisschen Schock... Ja, dann wisst's, das ist ein Witz! Witz! Gut, die aufheben für den Schluss. Wenn ich daran denken sollte, da ist die... Ah, okay, okay, ja, 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 ja. Jetzt kommt das Boarding-Bereich und verkackt. Und da leben wir zu Ende. Ach du Scheiße! Das ist ein bisschen Serna. Weil das Problem ist, die kommen nicht nur hier, die kommen auch hier rüber, wenn wir uns dumm anstellen. Und dann haben wir dich verkackt, ne? Wenn ich wieder zwei Fronten kriege. Und auf den... hab ich echt keinen Bock. Fuck, voll daneben. Oh mein Gott, wir haben verkackt. Oh mein, Alter, wir haben sowas von verkackt. Ja, aus jetzt! Boah, Alter, Scheiße, Alter, keine, keine... Deine Mutter! Ja, wie machen wir das dümmsten? Wir rennen hier, rennen raus, kein Bock, alles weg, deine Oma, im Oma... Oh Gott, noch einer! Nein, 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 ich wollte durch! Ach, Mann, das ist doch gar nicht so zu schätten hier. Ah, wir haben das immer gemacht. Ähm... Willst du was? Ne, das ist einfach zu wenig, um einfach mal hier auf Armut zu gehen. Wir nehmen halt die hier, wir sind ein bisschen vorsichtig davor und dann kommen wir hier rein. Ja, das klappt, aber die würde ich doch gerne mit dem... Oh, faszin, Alter, ich muss die erst mal mit den Racketen fertig machen. Ja, komm! So, okay, jetzt kann ich die hier nehmen und damit Einzelabfertigung machen. Das schöne ist, man kann sich hier mal ein bisschen drauf halten, dass die Stehle fertig machen. Dazu muss man aber jetzt extrem vorsichtig vorgehen, dass man nicht selber irgendwann in der Stehle steht. Aber so zum Beispiel. Und das ist halt das, was ich bei der letzten mit meinte, wenn man, wenn man so kontrollierte Umfälle hat, so wie hier zum Beispiel, so sie nacheinander rein spawnen, und man selber einen Rückschlusspunkt hat, da kann man halt relativ easy vorgehen. Aber wenn halt gleich, dann ist das frisch. Ich glaube, ihr habt schon mal gesehen. Muss nicht weiter, also nichts weiter dazu sagen. So, da oben ist jetzt auch noch ein paar. Hä, ne, jetzt ist die Kette reingelaufen. Doch! Wollte grad sagen. Okay. Sieht erstmal sauber aus. So, da war jetzt dieser rute Kackarsch. Hä? Wer hat den umgebracht? Wer hat den jetzt da liegt? Und der ist einfach nur abgehauen. Und ist jetzt irgendwo anders. Auf den Thermalquellen. Äh, der läuft auch mal ein bisschen rum hier. Wahrscheinlich versteckt er sich hier irgendwo nur. Klingt erotisch. Oh, alter. Oh, da ist er. Kommt der da raus? Hello, motherfucker! Hier bin ich. Überachte mich. Hallo? Du guckst jetzt her. Geht doch. Kommt der da raus? Er kommt dann nicht raus. Ha! Bitch! Bitch! Gut. Dann kann ich hier auch keine Tuffing. Nein. Das ist auch nicht. Hier ist auch noch nichts. Hier war noch ein bisschen. Ähm. Wobei Shotgun sieht das relativ gut aus. Wieder dann meiner meiner Sparmausnahmen. Hm? Boah, alter. Ey, ich freu mich so drauf, diese Mappen irgendwann mal mit der 3.7 Version zu spielen. Wenn das hier endlich mal vorbei ist. Ist ja hier. Weiß nicht. Was ist da denn? Ist ja. Schlimm. Das ist schlimm. So. Und jetzt ist jemand eigentlich fast vorbei. Hä? Wir haben auch noch Gegner? Und was hast du gerade falsch halten? Falsch. Ja, komm her. Ja. Der wie ziehe ich? Ich treffe gar nicht. Viel zu viel treu. Bam, bam, bam. Jawoll. Meine Phrase mit Kate und Achubis hier. Okay, hier kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Kann das ja sein, dass es doch eine andere Mapp von mir abgewandelt wurde? Mal kurz gucken. Mal gucken. Das hat mich auch wieder erinnert. Verdrückt. Aber mal psycharte. Dieser fucking Buster, du mega! Oh, so langsam siehst du mit der Shotgun echt wieder gut aus, kann ich ja auch wieder... Oh, wow, ich kann die nutzen, ha, nice, wow, laut! So, guckt, ob ich die hier noch geladen habe? Ja, die ist noch geladen, sehr schön! Aha, bitch! Also hier fängt das langsam erst mal gleich an zu verschwimmen, also an den Raufzahlen kann ich mich wieder nicht erinnern. Wow, Alter, ich mein, Psychiater. Wahrscheinlich habe ich das gesamte Mappack schon mal durchgespielt, deswegen kommen uns viele Sachen bekannt vor. Oh! Ne, nehme ich noch nicht, aber schön zu wissen, dass es da ist. Muss ich mal viel vermerken. Gerade das Backpack, da kann man nochmal schön aufstocken ein bisschen. Ansonsten ist hier Shotgun auch schon wieder fünf Stück. Passt doch schon fast. Äh, hier. Rocket launcher, meine ich doch. Davon sind fünf Stück da, weil die Waffe hat immer zwei und die Dinger da hinten haben immer drei. Also bei den Backpack haben wir auch nochmal ungefähr zwei oder eine drin, weiß ich grad gar nicht. So genau. Irgendwie hat ein bisschen Plasma. Wir können also wieder ein bisschen rumballern, hier mit verschiedenen Waffen. Okay. Ein paar Gegner kommen ja noch. Darf man nicht vergessen. Ich frage, wo sind sie? Wir haben nachher zu weit... Geht's doch noch weiter? Ach ja, klar, jetzt geht's doch weiter. Ja. Und da, okay, da kann ich mich auch wieder erinnern. Okay. Na ja, sorry, muss das jetzt sein. Alles andere ist bei den vierern die Verwendung. Von Steuergeldern und von allem anderen. Doch wo sollen hier noch 100 Gegner sein? Oh, ich hätte den erst fertig machen sollen. Na komm, wacke wieder auf, wir alleine, Bruder. So, okay. Ich speichere schon wieder viel zu häufig, liegt aber daran, dass ich so aufgeregt bin, weil ich... Ich wisse gerne, wo noch die 100 Gegner sind. Wo soll's denn hier noch weitergehen? Auf jeden Fall erst mal zur gelben Tür, die war da hinten. Einmal quer durch. Äh, okay. Da kannst du nicht... Warum kannst du nicht einfach diesen roten Viech erwischen? Also wie kann der sich da immer schon verdrücken? Schweinerei, ist doch Betrug ist das doch. Meine Fresse. Wird das ein Endgame-Key? Geht doch genau so. Der hat ihn gar nicht, aber das war einfach. Aber den falschen. Wer ist der Watt? Komm, ich steck hier manuell. Bam. Feuern, bam. Bam. So, Kathelino zu mir kommen. Danke. Oh ja, das ist manuelle Abfertigung hier. Ist ja eigentlich schlimm, ist das ja. Boah, also oder welche? Oh, ich glaube ich weiß, wenn... Ja, okay, doch. Ich kenne die Map hier so von... Also das hier ist ein einziger Alpromp. Wirklich, das ist nicht schön. Erstmal müssen wir hier durch, das ist wieder so riesen Viech. Ich habe den eigentlich nicht, sondern... Hä? Ach nee, das wollte er erst noch rein. Na komm, wer zuerst? Du zuerst, du zuerst. Du zuerst. Er ist mal eilig hier. So, wenn man den Schalter drückt, kommt nämlich genau vor dem Schall, also genau hinter einem praktisch. Ich wollte ein riesiges scheiß fettes Viech da rein. Ich glaube, ich Spoiler zu viel kann das sein. Ich habe lieber aufgeregt. Hey, komm mal rein. Muss ich erstmal die blaue Karte? Ja, nein, muss ich erstmal die blaue Karte holen. Okay. Dann kann das andere also erst im Fluss weiterhin blühen. So. Du sterben. Du sterben. Du sterben. Du sterben. Das ist auch nicht. Oh ja. Oh Gott. Alter, das ist noch ein bisschen Bock mehr. Sterter wird richtig scheiße. Das kann ich einfach mal verstrecken. Ich sage jetzt nicht mehr was da kommt, aber kommt scheiße. Kommt richtig scheiße. Und zwar wieder richtig schön mit rein spawnen und leck mich am Arsch. Und es war richtig hart. Von wo läuft hier bitte schon Lava runter? Haben die hier falsche Texturen gefehlt da auch? Ist das bloß ein Texturfehler oder soll da wirklich Lava runterfließen? Von warum läuft Lava in Säure? Und warum läuft Lava von nirgends vor? Hier ist doch nichts. Hier ist doch nichts. So. Auf jeden Fall sollte man hier normalerweise runter springen. Also ich mache erstmal so, dass es offiziell ist. Ha. Schon Schmerzen bekommen. Ja. Und wenn er fast tot ist, dann kann man nicht drücken. Aber Ronny Ronny ganz ganz schlau. Man kann das natürlich auch austricksen. Man geht einfach so. Voila. Man kann von hier aus praktisch drücken. Oder in dem Fall geht es sogar noch einfacher. Man hat nämlich den Vorsprung. Man kann also hier schon hingehen. Und schon kann man hier in aller Ruhe erstmal die ganzen Geschichte erledigen. Wo sind die jetzt noch? Ach komm. Okay doch. So was höre ich jetzt mit der Seite? Hm. Oh. 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 Oh das. Oh. Wow. Fack. Oh Gott. Da 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 da. Ok. Wah. Mal colored experience 모두. Fühl ich netze. Boah, du wirst schon wieder jetzt relativ zwar gar nicht. Verflute Scheiße. Na komm her. Achso wo ich so nahe an der Wand stand. Ach leck mich doch am Arsch. So eigentlich könnte ich da rüber hopsen. Wäre natürlich komplett illegal. Das meinte es auch nicht. Die Map wird so schon scheiße genug glaub mir. Da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Wir sind sowas von tot. Was muss ich jetzt machen? Hier bin ich falsch. Ja doch. Ist falsche Seite. Hallo, komm ich will nicht über die Säure rennen. Falsch rum. Leck mich. Danke. Vor meiner Nasen die Tür zu knallen hier. Ups ja. So okay. Ach ja, da war ja was. Leck mich. Okay. Haha. Ob ich zu verarscht seid ihr ein paar Jahre zu spüren waren. Fuck you. Ich will da hoch. Gab es irgendwas besonderes? Ah doch. Perfekt. Guck mal hin. Oh. Und Munition. Die ich noch nicht gebrauchen kann. Aber gute Wissen, dass die exaktiert. Okay. Jetzt habe ich weiter. Und jetzt haben wir die Tür geöffnet. Und jetzt, ladies and gentlemen. Ich präsentiere den größten Upfuck des gesamten Jahrhunderts. Kommt gleich in PayTV. Dann müssen wir erstmal da sein. Dann müssen wir aber erstmal die rote blaue Karte holen. Kannst ja bleiben. Wie hat man die aktiviert? Ne. Da müsste man... Muss ich da ranstehen? Muss ich da rausspringen? Muss ich mich... Wie war denn das jetzt? Wo muss ich denn die holen? Hat es gereiht? Hat es geklappt? Nein. Sie sind da leider gar nicht. Ah genau ok. What the fuck? Oh Gott, da geht's doch gar nicht. Ey, warum sind hier so viele Kackfeeder? Okay, machen wir das. Wow, hat der volle Klapp hier. Komm wieder hoch. Das war Nummer 1. Boah, Alter, wie kann man denn so scheiße springen hier? Geht doch. Hörst euch mal, bitte alle herkommen. What? So, dann war ich doch gar nicht da dran. Leck mich doch hart. Ich hab's wieder verkackt, ja. Mann, Alter, ist das Bullshit. Ich hab sowas von keine Luftpuffe gesetzt. Nee, geht einfach zu schnell runter. Funktioniert nicht. Du, hochkomm. Verkannung. So, später was du? Okay. Es geht nicht gut, es geht nicht gut, es geht nicht gut. So So Danke 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 Habe ich jetzt zu denken? Ne, kann ich noch nicht denken So Jetzt wieder auf dem gleiche Weg zurück Hä, haben wir davon zwei? Ne, ist los Ist doch bloß der eine So Dann gleich kommen wir in die sagenwogene Falle Oder war die überhaupt denn der mehr? Hä, ich sehe gar nicht wie die sein soll Das war gar nicht die Methle, oder? Oh, ich bräuchte ein Psycharter So, das hat die ganze SQ Warte gedankt Was machst du denn da? Was machst du denn da? Willst du mich ficken? Okay, ist geil, ist nice Oh mein, das will ich ja nicht erreichen Wollen wir noch mehr rein, oder? War es das jetzt so? Ich würde gerne mal was sinnvolles machen hier So So Oh Oh Mann, Alter Wir haben noch 25% Leben 50 Wollte mich eigentlich komplett verarschen Und jetzt? Ne, das war ja gar nicht, das war... Ja doch, das war doch ne andere Band Okay Da hab ich mich grad komplett Gehautet, dass ich nicht bin Aber wo müssen wir denn da hin? Wir gehen doch mal hier in den Schalterraum Da hinten ist noch was Wir haben uns grad den blauen Key geholt Ne, heißt also wir müssen zu etwas blauen Wo ist denn hier was blaues? Ach ja, ja ja, hier In den kurzen Hangar Da müssen wir rein So, das jetzt mal hier freischalten Perfekt, hier ist die blaue Tür Und ich muss dich drauf schritten Ohne die Bewusstsein aufzusehen Das geht doch wieder nicht Leckt mich am... Meine Fresse hier Das mit dieser Zwangsaufnahme von Items Ist so gut, ne? So, okay 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 Jetzt ist es ein bisschen blutig Okay Keine Gewalt hier Okay Oh, fuck up! Okay Okay hier soll doch auch kacko die denn da natürlich nicht getroffen warum auch ernsthaft jetzt leck mich 12 prozent leben das ist doch euer ernst hier die gescheid ich hab mir sowas von hart auf dem Sack hier wo denn Noch einer, alter Krieger. Wenigstens können die Tränen nicht ausweichen. Das ist wirklich voll der Stütze politischen Kacko-Diemann. Oh, Alter. Wow. Äh, Alter, ich bin gefangen. Oh Mann, Alter, leck mich doch einmal am Arsch. Der lebt immer noch. Mann, das war die zweite Taste. Naja, viele sind sie alle drin. Und noch so ein Viech? Ich wollte auch die andere Waffe mal verwenden hier. Die hier. Die hier. Ja, ja, ist ja gut jetzt. So, hier ist es bereits das Ende. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal um die anderen Viecher hier. Oh, ich hab noch nichts dran. Na komm her, du Kack! Da ist einer. Na? Oh Mann, Alter. Ernsthaft jetzt? Nein. Was macht ihn da? Oh Mann, war kack. Oh Mann, war klar. 8% Leben, ich wollte mich doch ficken. So, okay. Gucken wir mal jetzt, ob wir hier noch welche versteckt haben, aber wir haben dort eigentlich alles. Abgeräumt jetzt, genau, hier war der Schalter, was auch immer der gemacht hat, keine Ahnung. Hätte wir auch noch so wenig, ey, wir hätten doch drauf, weil wir den Shutdown nutzen können, soviel wie hier gerade rumliegt, das ist ja ein Träumchen. So, zuallererst suchen wir mal, wo hier so eine blaue Perle waren, nee, einfach brauchen wir Leben. Ah, das andere kommt schlecht, also hier war nichts mehr, herrten wir ja bereits, wir können aber gleich ficken, Dankeschön. So, wir brauchen Leben, es war ganz viel, wenn es geht. Wie der uns einfach nicht bemerkt hat. Ah, hier, hier fliegen wieder, wieder, äh, das Modell. So, hier war auch wieder Wurstung, ne, ja. War denn die blaue Perle? Hatten wir nicht... Ich meine, im Forum da war eine, ja, das weiß ich, aber komm, war nicht schlecht dran, müsste ich erst mal gucken, wo wir da raufkommen. Aber ich hatte auch noch woanders, ne, so eine rote Kacke gesehen. Komm, wir nehmen dich jetzt mal mit hier. Wo war denn das? Ich meine, es ist schon mal leicht, dass es hier, dass es hier zwei blaue Wurstungen gibt und zwei, weiß ich nicht, ey. Doch, da war das mit der blaue, ja doch, da war die blaue Kugel. Ah, die haben wir schon mitgenommen. Das heißt, ich muss doch definitiv die bei dem Wursten Hauptraum da finden. So, jetzt sind wir es bereits voll, das brauche ich nicht immer. Haben wir noch ein bisschen Leben hier irgendwo? Ich würde gerne erstmal mein Leben auf 100 bringen, bevor wir diese Kacke da verschwinden. Ja gut, kriegen wir nicht. Jo, die Frage ist jetzt, wie kommen wir da rauf? Gibt es da irgendwie... Nein, hier, jetzt kein Weg rauf. Haben wir den Raum rein? Ja, da kommen wir hinten rum rein, okay. Achso, hier. Da komm. So kamen wir rein. Die Frage ist nur, kommen wir da auch auf den, auf der, ah, hier schon mal, jetzt auch noch was. Die Frage ist nur, kamen wir hier auch hier rauf? Kommt wir nicht durch? Die einzige Möglichkeit, die hier noch existiert, ist, dass man da rauf-teleportiert wird. Oh, Alter. Ja, muss man da schon mal rauf-teleportieren, das ist noch viel Scheiße. Walter, warum haben wir schon die andere blaue Perle mitgenommen? Wie soll man da raufkommen? Oh, jetzt auch noch ein bisschen neben. Äh, achso, falsche Tür. Da. Hier ist ein Schalter. Äh, wo ist der? Das ist drei Sequels, wir haben kein einziges gefunden. Hä? Doch, da ist... Hä? Da ist ein Raum im Raum und wenn wir nicht bestehen? Hä? Hä? Oh. Ja, nee, das ist dieser Scheiß-Plasma. Tipi. Sorry, aber dich können wir leider nicht mitnehmen. Du bist mir zu blöd. Ich stehe nur wieder einen Weg rum, triffst mich und alle die anderen Gegner nicht. Da ist der Fakki blaue Perle, wir kommen nicht dran. Oh Mann, ey. Nee, da können wir auch noch fehlen. Och, jetzt ist es aber gut hier. Ah, in die Ecke. Langsam nach da. Und langsam zurück. Und jetzt springen. Danke. Hauli, mauli. Ist ja ich was für fortgeschritten hier. Kommen wir da rauf? Nee, ne. Fällt dir noch was? Ach, Warni. Warum musst du so die blaue Perle verlieben? So, mal hier gucken, ob hier was ist. So, hier war noch Decker, jetzt Krimskrauen. Danke dafür nochmal, wieder Deppen. Auch nicht. Ach so, wir sind doch falsch. Ähm, ich muss in die andere Richtung. Da muss ich hin. Nein. Hier. So, hier soll es noch was sein. Oh, den hat ich da gehofft. Kann ich noch ein Zuckrück sein? Ich glaube, wir haben kein einziges Sequel. Hä, wir haben ja kein einziges Sequel. Ach ja, wir haben den Leute gar nicht rausgeholt. Von daher gilt das natürlich auch nicht als Sequel. Wir wissen, da hinten ist was. Sind da diese drei Linien, die da so separat rumhängen? Die Frage ist, ne, wie kommen wir da hin? Die Gegenschießung? Hier sind es komische Gesichter. Ne, hier sind wir komplett vollkommen falsch. Hier geht es bloß Trost, Lose Liebe. Und Verrückte Alpha Maps, äh, Lighting Maps. Na gut, komm, draufgeschiss auf die blaue Perle. Mal wieder. Immer das Gleiche hier. Ist doch mal Trauerfeier, ja. Hier wäre es natürlich geil mit, äh, Project Intelligence zu spielen. Da könnte man sich einfach hier ran hochhängen. Das bietet Brudel Doom leider nicht. Von daher ist man da, was das mal geht, aufgeschmissen. Man weiß ja nie was. So nach von Twigga ist das also auch nicht. Okay, ab ins Ziel. Äh, ich sehe mal, schade. Jetzt kommt, ähm, boah, meine Fresse. Ist das mal gut. Ich würde gerne heute noch nach Hause kommen. Alter, Schwede. Oh, okay, was ist das? Hm, ist das Disturbance? Okay, na gut. Na gut. Schade, Mann. Schade, schade, voll.